Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Diesem Video stelle ich euch meine neu gekauften Trigger vor. Wer letztens am Samstag in meinem Livestream war, der kennt sich schon. Aber für alle anderen, wollt ihr sie noch mal in einem Video fangen? Fangen sie direkt mit einer der kurzen Sachen an. Diesen Massagestab für den Kopf. Ich finde den Stab richtig gut. Was ebenfalls neu ist, ist dieser Sand vor. Ich werde ihn mit seinen Schiffen. Wie ist es? Ja, ich habe das Schiffen. Wie kiefer sein. Ich werde den Schiffen in meinen Schiffen, wo es nicht so anders ist. Nur in den Schiffen. Aber wir werden das Schiffen zerstört. . . . . dann haben wir noch Ich bin so süß. Untertitelung des ZDF, 2020 Was richtig cool ist, sind diese Handschuhe. 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 Ich hoffe, man hört diesen Ball jetzt. Was richtig cool ist, sind diese Handschuhe. Ich finde das klingt richtig gut. Was richtig cool ist, sind diese Handschuhe. Was richtig cool ist, sind diese Handschuhe. Was richtig cool ist, sind diese Handschuhe. Ich hoffe, man hört das jetzt auch. Ich hoffe, man hört das jetzt auch. Dann haben wir noch diese gute Dermen hier. Ich hoffe, man hört das jetzt auch. Dann haben wir noch Stretch Slime. Den kann ich leider nicht direkt aufs Mikro tun. Hier geht ein bisschen ab. Deswegen muss da immer was drunter sein, wenn ich das Mikro dreckig mache. Aber ich finde es so sehr, vielleicht auch ganz nett. Okay. Dann darf ich dafür allerdings aufs Mikro drunter. Okay. 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 Das hier ist jetzt nicht wirklich neu, ich habe es nur erst letztens verhaßen, eher entdeckt. Das hier ist jetzt nicht wirklich neu, ich habe es nur noch nie, ich habe es nur noch nie. Ich hoffe euch haben die Trigger gefallen, kommentiert doch gerne mal was davon euer Lieblings Trigger war. Und abonniert mich gerne für mehr aus und mehr Videos.